So, mein schönes 14er, was soll ich sagen? Ich muss erst mal die Regentropfen, weil ich habe es nicht geschafft, den Deckel richtig drauf zu machen. Bevor ich es abwische, hätte ich es vielleicht mal zeigen sollen. Dann könnt ihr noch ein bisschen sehen. Guckt mal hier, da sieht man die Regentropfen und ich zeige euch nachher auch mal, wie meine Tasche aussieht, weil da sind die Regentropfen noch drauf, aber hinten die Glaslinse wische ich jetzt schon mal ganz vorsichtig trocken. Ich versuche mal, nebenbei mein Fragen-Tablet zu trocken. Brauchst du ein Mikrofasertuch? Ich habe noch eins gerne. Einmal so, ich habe noch eins in der Hosentasche. Ja, hauptsache wir sehen das gleich wieder. Ja und was ich jetzt mal machen kann, dass ihr das mal wirklich seht, was wir gerade eben alles verwendet haben. Ich nehme mal den Monitor von der Alpha 74 ab. Ich wechsle mal auf das 24 mm Objektiv. Es ist auch noch komplett nass, aber egal. Frage zur Wetterdichtigkeit und so. Ja, ich glaube, dass es erstmal beantwortet ist. Ja, ich glaube auch. Und dann zeige ich euch einfach mal den Inhalt von meinem Rucksack hier. Damit ihr auch sehen könnt, der war die meiste Zeit zugeklappt, muss ich vielleicht dazu sagen. Ich packe dich mal hier wieder oben drauf. So, ja, da sieht man jetzt, es war wirklich nass. Es ist alles klitsche, klatsche, nass. Ja. Polfilter. Ah ne, das war der ND-Filter, Entschuldigung. Hier haben wir das 135er. Hier haben wir das, Entschuldigung, das ist das 135er. Das ist das 5012. Das hier ist das Zoom, das 24105. Hier hinten haben wir das 14. Das habe ich gerade sauber gemacht. Und die zwei anderen liegen hier vorne auf dem Tisch. Das ist 85er in der Mitte. Da fehlt noch der Deckel. Auch das war nass. Und das 2600 mit dem Zweifach-Telekonverter. Also von daher alles mit dabei. Ja. Und du? Du bist inzwischen wenigstens wieder trocken. Ich bin wieder halbwegs trocken. Also das kostet die Hose noch ein bisschen. Aber Technik ist, Technik lebt noch. Perfekt. Ja, lass uns ein bisschen über die Fragen sprechen, oder? Ja, gerne. Ich suche gerade nebenbei noch welche raus. Im Moment. Da habe ich zum Beispiel. Ist es technisch möglich, dass per Update 10 FPS mit Lossless Compressed Raw kommt? Oder geht das gar nicht? Keine Ahnung. Also ich kann euch nicht sagen, ob das geht oder ob das nicht geht. Was ich sagen kann, ist, dass für 99,5% der Fälle ein unkomprimiertes Raw oder ein Lossless Raw keine Rolle spielt. Warum? Weil eigentlich die Bildqualität bis auf ganz wenige Ausnahmen wirklich vollkommen identisch ist. Und warum soll ich mir eine doppelt so große oder auch nur eine 30, 40, 50% größere Datei ans Bein binden, wenn ich visuell keinen Unterschied habe? Ja. Ich weiß, das hören viele Leute nicht gerne. Und viele Leute sagen auch immer, ah, man sieht einen großen Unterschied. Ich sehe keinen. Und ich kann auch keine Situation, wo der ist. Also es gibt einen Fehler, den kann man hinzufügen. Und ich kann vielleicht mal so viel erzählen. Ich habe das Thema Unterschied zwischen den beiden Dateien jetzt seit zweieinhalb Jahren auf meiner Do-Liste für YouTube. Ich finde es so unspannend, weil man kann eigentlich nicht wirklich was zeigen, dass ich es immer noch nicht gedreht habe. Also es steht da und irgendwann kommt es mit Sicherheit auch, wenn ich ein bisschen Luft habe oder wenn ich sage, ich habe keine anderen interessanten Themen, aber für mich war alles andere immer interessanter. Ja, ich benutze nur Compressed. Ja, stimmt. Eine Frage, die beantworte ich auch mal gerne. Es geht um, wann bekomme ich die Kamera? Aktuell vorbestellen auf jeden Fall. Hier wird auch schon gesagt, ich habe sie vorbestellt. Es ist natürlich eine sehr begehrte Kamera aktuell. Die Wartelisten sind immer etwas länger. Man arbeitet viel daran, die Kameras so schnell wie möglich auszuliefern. Es ist schwierig aktuell einzuschätzen, weil in der Industrie einfach Probleme da sind. Das ist jetzt nicht nur in der Fotografie so, das ist jetzt nicht nur bei der 7.4 so, sondern überall. Wenn ich ein Auto möchte, einen Fernseher möchte, es fehlt überall an Technik. Ich erinnere mich an die Alpha 7 III. Als die vorgestellt wurde, die ist eingeschlagen wie eine Bombe, die war fast ein Jahr lang nicht gut zu bekommen. Das heißt, alle, die eine vorbestellt haben, haben auch relativ zeitnah eine bekommen, aber ein Händler hat dann zehn Stück gekriegt, acht Stück waren vorbestellt, zwei standen in der Vitrine, die standen aber auch nur bis abends da, dann waren sie weg. Und dann gab es halt wieder zwei Wochen, drei Wochen lang keine. Ich nehme an, hier wird es ähnlich sein. Also wer eine haben will, sollte unbedingt vorbestellen. Auf jeden Fall. Und es ist wichtig, wenn ihr vorbestellt habt, dann seid ihr halt in einer Warteposition und ihr verliert die Warteposition auch nicht. Wenn ihr jetzt irgendwann sagt, nee, ich storniere das wieder und mache dann in einem halben Jahr nochmal, wenn es vielleicht besser aussieht. In der Zeit könntet ihr eventuell die Kameras schon bekommen haben, deswegen lasst es einfach laufen. Ihr habt kein Problem damit, wenn der Auftrag da ist. Ja, und wenn man am Ende dann sagt, na, ich jetzt passt doch gerade nicht, weil mein Auto ist kaputt gegangen, dann storniert man es, dann freut sich jemand anders. Ja, dann stornieren kein Thema, aber jetzt einfach sagen, weil es jetzt gerade schwierig zu bekommen ist, mache ich es später nochmal eher nicht lieber den Platz behalten. Ich warte gerade auf neue Fragen. Es ist gerade ein bisschen still geworden. Ich möchte bitte nochmal den Aufruf starten. Bitte, bitte Fragen stellen. Wir haben ein schönes Live-Shooting gemacht. Wir gucken gleich nochmal durch die Bilder durch. Ich habe es ja auch nur auf einem kleinen Display mit sehr viel Wassertropfen gesehen. Ich habe auch ein bisschen. Ja, ich auch so ein bisschen. Aber ich glaube, du bist in eine Pfütze oder so mehr getreten als ich. Aber dass wir uns die auch mal hier auf dem großen Fernseher mal angucken können, dass wir das Ganze auch schön einschätzen können. Wir können ja einfach, ich kann ja einfach mal in die Wiedergabe gehen. Ich habe ja auch ein bisschen Video auch gesehen. Wiedergabe braucht immer einen kleinen Moment, um es umschalten, weil er dann eine höhere Qualität ausgibt. Da gibt man immer 4K aus und euer Fernseher muss dann umspringen. Guckt mal, das ist mal die letzten. Ja, da seht ihr unten auch RAW und JPEG war eingestellt. Geh mal nur auf das Bild, dann können wir uns ein bisschen besser konzentrieren. Ich wusste übrigens nicht, was Tugai da macht. Hat es mir vorher nicht erzählt. Aber da war ich ein bisschen näher dran. Und dann war ich leider ein bisschen zu nah. Und das waren die allerersten Bilder mit dem 50.1.2 bei Offenblende. Und ich kann ja einfach mal auf die Übersicht gehen. Gerne. Und dann können wir ein bisschen schneller wechseln. Also das waren die ersten. Die fand ich noch nicht so gut. Danach die, also Ultraweitwinkel. Dann freut sich euer Geschäftsführer. Da sieht man übrigens auch meinen Rucksack im Hintergrund und die Lampe mit dem Stativ. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Fotokoch-Logo noch mit drauf. Also das war das mit der Spiegelung. Da hast du übrigens das Licht gemacht. Da sieht man, sein Gesicht ist beleuchtet, während er bei den Bildern ohne das Licht halt wirklich sehr unterwürdig stand. Wir können ja auch mal reinzoomen, dass man auch diesen Vorteil von den 33 Millionen Bildpunkten einfach mal sieht. Die wir hier dann haben. Und ja, das war natürlich in dem Fall ein höherer ISO-Wert. War 3200. Oh, sorry. Ich wollte eigentlich gerade zurück aufs Bild. Mein Fehler. Ja, okay. Ja, gucken wir noch mal ein bisschen weiter. Ich fand die davor eigentlich ganz spannend. Ja, mit dem 135er warst du drauf. Ja, ich muss ehrlich gestehen, in dem Fall hat mir sogar, guck mal, da kann man dein Display nochmal sehen. Da haben wir auch ein paar Bilder von dir gemacht, auch wenn du es nicht mitbekommen hast. Du hast eifrig Fragen vorgelesen. Hier der Regen ist mir gerade noch aufgefallen. Da kann man den ganz gut sehen. Da hat es halt richtig geregnet. Und das hier war 85er. Und dann 100% vergrößert. Da geht schon was. Und das macht natürlich Spaß. Der Hintergrund ist echt geil. Ich erkenne das halt schon am Look. Weißt du, deswegen so. Sorry, dass ich das jetzt so hier gesagt habe. Aber das ist halt, weil man erkennt im Hintergrund halt die großen Bubbles. Und der Hintergrund war wirklich nicht sexy. Also in die Richtung ist wirklich nur gelbes Licht. Ja, da ist auch eigentlich gar nichts. Es überrascht mich halt wirklich. Man muss sich vorstellen, wie schwierig es ist für eine Kamera. Erstmal bei wenig Licht generell zu fokussieren. Ist schon schwierig. Dann noch schön mit, vor allem hast du später dann, da wo du gerade auch bist, mit 1200 Millimeter was zu machen. Mit der niedrigen Blendenzahl. Und dann auch noch im Fokus ordentlich zu arbeiten bei Low Light. Das war übrigens ISO 100.000. Also 102.400. Dass da jetzt die Bildqualität natürlich nicht mehr überragend ist, ist klar. Aber wir waren ja auch bei Blendenwert 13. Weil wir haben ja mit 600 Millimetern geschossen. Ja. Sorry, ich drücke immer die Menütaste, um zurück aufs Bild zu kommen. Aber das war in dem Fall falsch. Aber ich kann ja noch mal das 135er raussuchen in der Zwischenzeit. Weil das fandst du ja gut. Ich mag das auch. Aber in dem Fall hat mir der Look von dem 85er noch ein bisschen besser gefallen. Weil es noch ein bisschen mehr freigestellt war. Jetzt muss ich einmal gucken. Da war es noch gerade eben. Da haben wir nicht so viel. Ja, das mit den Gämmen. Weil es halt auch wirklich nur das Gemixte ist von Poké Punkten, von den Farben her. Es ist halt... Ja. Finde ich übrigens in dem Fall besser als das 50er, weil ich halt weniger Hintergrund habe. Das heißt, die Bubbles werden größer und man ist halt näher an dem Bild. Ja, definitiv. Ich glaube, zur Schärfe muss ich nichts sagen, oder? Ja. Das muss man bei dem 535 auch sagen. Das ist so das schärfste Objektiv, was ich spontan kenne. Das ist absolut cool. Ja, was ich ganz witzig finde, ist, dass man halt im Hintergrund das gelbe Licht sieht, was dauernd geflackert hat. An, aus, an, aus, an, aus. Ja, das ist die gute Rheinbahn, die ihre Schildchen aufgestellt hat. Und was man übrigens auch sehen kann, ist, dass hier Wasserpropfeln aus dem Objektiv machen. Das kann man im Bokeh auf der rechten Seite so ein bisschen sehen. Ja, cool. So, ich habe auch die nächste Frage reingekommen. Bleibt die Kamera bei Verbindung über WLAN und der Sony-App eingeschaltet, oder schaltet diese nach einer Minute aus? Zum Beispiel Tierfotografie aus dem Vogelhaus. Ihr stellt Fragen. Das sind Sachen, die habe ich nicht probiert. Also, ich gehe davon aus, dass wenn du die Kamera fernsteuerst, dass sie dann auch gar nicht ausgeht. Also, ich weiß zumindest, es ist sogar so, dass wenn man mit einer 7R4 oder mit einer Alpha 1 in den Rechner schießt per Wi-Fi, was man ja machen kann, dann bleibt die Verbindung so lange aufgebaut, bis alle Bilder übertragen sind. Selbst wenn du die Kamera ausschaltest, also du schaltest die Kamera physisch aus, sind noch nicht alle Bilder übertragen, die überträgt im Hintergrund weiter an den Rechner. Und deswegen glaube ich, dass sie nicht ausgeht. Aber ich habe es nicht probiert. Und da ich jetzt auf die Schnelle keine WLAN-Verbindung aufbauen kann, kann ich es nicht leicht zeigen. Faire Antwort. Moment, Regie, ich habe jetzt wieder, ich bin am Start, ich übernehme. Wo wir gerade bei Nachtfotografie waren, welche Brennweiten oder Blenden würdet ihr empfehlen für Nachtfotografie Polarlichter? Ja, ich habe bereits das 14-24-2-8. Das ist das Sigma. Das wird sich ziemlich gut eignen. Wobei man natürlich sagen muss, je nach Region ist Lichtstärker besser. Also auch bei Polarlichtern noch mehr Licht, noch mehr Licht, noch mehr Licht, also noch mehr Lichtstärker ist interessant. Ich hätte jetzt ganz spontan, ohne dass er gesagt hat, welches Objektiv hat das 14er empfohlen, weil es ein 1,8er ist. Da geht also einfach nochmal eine ganze Ecke mehr Licht rein. Und das eignet sich von der Brennweite ganz gut. Was auch gut funktionieren würde, ist das 24er, weil gerade die beiden auch für Astrophotografie sehr, sehr gut sind, weil sie Punktlichtquellen, also Sterne, auch wirklich rund abbilden und nicht mit so einem Strahl und so einem Schein belastet sind, wie das viele andere Objektive sind. Also das wären jetzt hier die zwei, die ich spontan entschieden hätte, wenn jemand Astro machen möchte. So, dann, welches Telezoom für Tiere und Landschaft würdet ihr empfehlen? Also Telezoom, da kommt es auf an, welche Tiere. Ich persönlich habe das 100 bis 400 Millimeter. Als ich das gekauft habe, gab es das 200, 600 auch noch nicht. Trotzdem würde ich das wieder kaufen. Warum? Erstens, weil es etwas universeller ist, bedeutend leichter und ich in der Regel nicht so oft Vögel fotografiere. Immer dann, wenn man kleine Tiere fotografiert und die weit weg sind, ist ganz klar das 200, 600 Mittel der Wahl. Also man kann natürlich auch das 600 Millimeter Blende 4 nutzen. Da geht optisch nochmal viel mehr. Die Bildqualität ist wirklich nochmal deutlich höher. Allerdings ist auch der Preis nochmal eine ganze Ecke höher. Ich habe das ja schon ein paar Mal genutzt und ein paar Mal gezeigt, auch auf Tierfotografie-Workshops. Das macht einfach Spaß. Aber auch das 200, 600 ist eine echt gute Wahl. Auf jeden Fall. Wo wir bei Brennweiten sind, welches Objektiv als immer drauf? 24-70-2-8 oder 24-105-4? So als für ihn als Frage noch, was ist allgemein im Ranking höher, Lichtstärke oder Brennweite? Eigentlich bin ich genau der Falsche, um diese Frage zu beantworten. Warum? Ich nutze keine Standardzooms. Ich benutze sie einfach nicht. Also klar, 24-105 ist in meinen Augen für die meisten Leute das bessere Objektiv, weil diese mehr Reichweite öfter gebraucht wird. Und wenn ich wirklich was Lichtstarkes haben will, dann kaufe ich mir vielleicht lieber ein günstiges 85-1-8, dann habe ich eine viel bessere Freistellung und kann eben meine Portraits zum Beispiel schießen. Deswegen würde ich wahrscheinlich eher das 24-105 favorisieren. Wenn man zum Beispiel viel filmt, ist das 24-70 die bessere Wahl, weil man da natürlich dann universeller ist. Gerade auch, wenn es um den unscharfen Hintergrund geht. Wie gesagt, ich nutze sie nicht, und zwar alle nicht. Also es gibt bei mir so ein paar Brennweiden, die ich gerne verwende. 35 mag ich total gerne. 85, 135 mag ich total gerne. 50er benutze ich fürs Fotografieren so gut wie nie. Beim Filmen ist es genau umgekehrt. Da habe ich das 24er, das 50er und das 85er und bin damit mehr als happy. Beim Filmen habe ich 50 Millimeter immer drauf. Also wo ich dann sage, da brauche ich ein bisschen einen anderen Ausschnitt. Deswegen benutze ich in diesem Standard-Brennweidenbereich einfach keine Zoom-Objektive, sondern Halbfestbahnweiden. Ja, das geht mir ähnlich. Ich bin meistens 35 Millimeter und dann, wenn es höher sein muss, so ein 70-200. Das war immer so meine Kombi in dem Moment. 70-200 habe ich ersetzt durch das 135er. Das ist kleiner, leichter, lichtstärker. Und habe dann das 100-400 gekauft, weil ich dieses Mehr-Brennweite oft brauche. Und da ist halt diese Telekonverter-Geschichte nicht so interessant. Deswegen habe ich da entschlossen, diesen Weg zu gehen. Super. Dann können wir auch mal alle auspacken. Dann packen wir auch gleichzeitig noch ein bisschen. Wir suchen in der nächsten Zeit die Nächsten. Hallo, können bei der A7 IV im Schwarz-Weiß-Modus auch Filter, Gelb, Rot, Grün ausgewählt werden? Nee, Filter in der Form gibt es nicht. Zumindest habe ich noch keine gesehen. Also es gibt jetzt nicht diese klassischen Filterungen. Wobei ich glaube, dass man die in Photoshop auch inzwischen deutlich besser nutzen kann. Also das ist jetzt meine Erfahrung mit den Schwarz-Weiß-Fotos. Wenn ihr das in der Kamera machen wollt, könnt ihr ja noch mal reingehen. Ich kann ja einfach die Kamera noch mal die Schwarz-Weiß-Sachen zeigen. Haben wir jetzt übrigens gar nicht fotografiert. Hätten wir auch noch fotografiert. Stimmt. Das wäre auch ganz gut gewesen. Ja, ich habe es dann auf Vivid geschaltet. Wenn wir jetzt hier quasi in die Creative Looks noch mal reingehen. Und wir sind hier bei Farbe, Farbton. Dann habe ich die Möglichkeit hier ja Schwarz-Weiß auszuwählen. Black and White, da haben wir es. Und dann kann ich hier eben, können wir auch mal live zeigen, den Kontrast, die Spitzlichtlau, die Schatten und Co. anzupassen. Aber ich kann hier keinen separaten Filter davor sehen. Ja, das Schwarz-Wunterfahren gefällt mir besser. Ja, also du siehst jetzt dann auf deinem Hemd, das wird mir zu hell. Ich könnte jetzt über die Belichtungskorrektur sogar noch ein Tick mehr machen. Und die Spitzlichter. Ja, da sieht man schon, der Unterschied ist hier nicht so hoch. Aber hier, wenn ich die runterfahre, dann sieht dein Gesicht so lässlich aus. Dann stimmt da irgendwas für mich. Das ist, finde ich, vom Look nicht so gut. Würde ich hier nicht. Das würde ich nicht runterfahre. Das würde wahrscheinlich eher in den Bereich Hochkontrast gehen. Also wirklich Maximum. Ja. Das wäre so meins. Dann ist es, wenn es auch schön hart, dann sieht man auch, was da passiert. Ja, ich mag halt Bilder, die schon so ein bisschen Punch haben. Das trage ich lieber. Ja, das kann ich verstehen. Man hat einen einen Look. Da. Ich bin auf dem Tisch. Guck mal, einen einen Look. Jetzt muss ich nur das Kabel gucken. Dann sieht man die ganzen Augen. Sorry. Ah, nein, der Grenze. Das war übrigens der Monitor, mit dem wir gerade das Live-Bild angezeigt haben. Hat das Wetter auch überlebt. Und der war nicht gegen Wetter geschützt. Der hat oben oder hat an der Seite den Lüftungsfluss. Ja, aber dafür war ja der Regen noch aushaltbar, sage ich jetzt mal. Hast du schon mit dem Armour-Adapter gearbeitet und der 7.4? Leider nein, weil ich habe keinen mehr. Also ich habe noch ein Armour-Objektiv, das ist ein 50-1-4 Zeiss, aber ich habe keinen Armour-Adapter mehr. Also in LR5 kann ich leider nichts zu sagen. Okay, ich wollte schon sagen, weil es gab die Frage, Funktion bei der Verwendung mit dem Armour-Adapter. Ich kann nur so viel sagen, wir haben das vor zwei oder drei Tagen live ausprobiert. Das funktioniert, aber ich habe jetzt keinen Vergleich gemacht, weil die Kunden hatten teilweise sehr, sehr, sehr alte Minolta-Objektive dabei. Also so Objektive von 1988 und so, also kurz nachdem das Bajonett quasi gegründet wurde. Ich weiß nicht, wie es mit modernen Objektiven aussieht. Okay, dann aber zur Fernauslösung. Welche kabellosen Fernauslöser für die A7 II könnt ihr empfehlen? Hat die Rolle bisher empfohlen bekommen, was meint ihr? Ich habe keine Alpha 7 II. Ich benutze den Bluetooth-Fernauslöser für die 7 III und auch alle Kameras, die Bluetooth haben. Aber die 7 II hat ja noch keinen Bluetooth. Da kann ich nicht helfen. Also ich benutze einfach da keinen und deswegen habe ich keine Empfehlung. Aber ansonsten würden wir, ich würde spontan auch den von Roller einfach jetzt nehmen. Kann bestimmt einmal gleich die Regie in Link reinposten, in den Chat, dass man da was Passendes hat. Vielleicht noch ein Tipp. Die Kameras, die Bluetooth haben, das findet man immer auch im Milieu unter der Weltkugel. Da kann man dann gucken, hat die Kamera Bluetooth und wenn sie Bluetooth hat, dann geht der Fernauslöser von Sony, den ich über alles liebe. Den habe ich jetzt unten in meinem Koffer, nicht hier oben. Aber den habe ich immer dabei, weil das ist für mich eines der besten Zubehörteile überhaupt. Definitiv. Da sind wir erst mal durch mit den Fragen. Ich mache nochmal den Aufruf. Wir haben den Experten da. Ihr merkt schon, Wissen ist da. Sowohl live unten auf der Straße gezeigt, als auch hier bislang im Technik-Talk. Wenn ihr noch was habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Jetzt kriegt ihr auch eure Antworten. Egal ob jetzt zur aktuellen Kamera oder zu was anderen oder anwendungsspezifisch. Da sind wir offen. Da ist absolut kein Problem. Deswegen gerne, gerne reinpacken. Wenn ich es beantworten kann, mache ich es auch. Genau. Ich muss sagen, ich habe es jetzt auch zum ersten Mal so richtig live gesehen mit der 7.4. Ich hatte es ja jetzt damals so einen Tag gehabt. Wir haben uns ja auch schon mal betroffen, als es vorgestellt wurde. Und danach hatte ich es ja auch für den Dreh hier. Damals hatte ich noch keine finale Filmware. Deswegen konnte ich es nicht ausgiebig testen. In dem Sinne. Ich war auch skeptisch bei manchen Sachen, was jetzt vor allem Rauschen anging. Es wird immer viel gesagt. Aber was in der Praxis ist, ist immer was anderes. Wir können ja was ganz Exklusives machen. Die Bilder, die ich für mein Video gedreht habe, natürlich hier. Auch im direkten Vergleich mit der 7.3. Und das hat wirklich noch keiner gesehen. Soll ich dir erstmal was ausblenden? Nö, ist alles gut. Mein Rechner wird zum Arbeiten verwendet. Da sieht man viele Ordner. Und ich habe die schon markiert. Das heißt, ich kann hier jetzt ganz gezielt filtern. Wenn ich zum Beispiel sage ISO 6400 und ich sage, ich möchte gerne das Bild mit... Ach nee, Entschuldigung, ich bin im RAW-Ordner. Ich muss in den JPEG-Ordner. Warum? Die Bridge kann die RAWs von der 7.4 noch nicht anzeigen. Deswegen muss ich euch das jetzt leider mit JPEG zeigen. Ihr seht, ich habe einmal mit Rauschunterdrückung und einmal ohne Rauschunterdrückung gemacht. Und ich habe hier die Motive. Eins, zwei, drei. Ich habe drei verschiedene Motive gemacht. Das hier ist das erste. Und wenn wir jetzt hier 12800 auswählen, dann sehen wir ein Bild mit der 7.3 und ein Bild mit der 7.4. Mein Rechner braucht immer einen kleinen Moment, um das darzustellen. Moment, ich gehe mal auf 100% und wir gehen mal hier unten in den Bereich, der wirklich schwer ist. Aber ich bin bei 400%. Moment. Jetzt sind wir mal bei 100% Vergrößerung. Und wie gesagt, ISO 12800. Ich gehe noch einen Tick runter und ich blätter einfach mal auf das zweite Bild. Das hier gegen das hier. Ich würde sagen, man kann keinen Unterschied sehen, was Rauschen angeht. Nee, spontan. Was man sehen kann, und das ist jetzt beim anderen Motiv dann ein bisschen augenfälliger, ist, wenn man eine größere Himmelsfläche hat, dann rauscht die 7.3 gerade im Farbrauschen deutlich mehr. Also da kann man halt Farbschlieren erkennen, so große Cluster, die so ein bisschen versteckt sind. Und das habe ich bei der 7.4 gar nicht. Da müsste ich jetzt wirklich das Bild raussuchen. Ich habe mir das schon mal angeschaut. Und ich glaube, es war Motiv Nummer 3 und jetzt müssen alle Düsseldorfer weggucken, weil es ist natürlich der Kölner Dom. Sorry, ich wohne halt da. Es war klar. Nein, nein, alles gut. Wir sind da ja relativ entspannt. Das ist jetzt wieder Kamera 1, das ist Kamera 2. Man sieht es, das ist die 7.3, weil das Bild ist ein bisschen kleiner. Und das ist die 7.4. Ich zeige euch also beide Bilder in 100% Ansicht. Und trotzdem ist hier das Rauschen eben, wie gesagt, kaum existent bei beiden Kameras. Ich gehe jetzt auf Absicht nicht auf eine graue Fläche, wo man halt solche Geschichten besonders gut sehen kann. Und wir können ja auch mal auf ISO 25600 gehen, also noch eine Stufe höher. Und ja, ich hoffe, man kann das jetzt im Stream auch wirklich gut erkennen. Da habe ich hier das deutlich, deutlich weniger. Sorry, was war das? Bild war kurz weg. Ja, war wahrscheinlich mein Rechner. Also nicht wundern. Ah ja, er hat die Auflösung umgestellt. Weil er am Fernseher angeschlossen ist, hat er gedacht, okay, ich kann doch 4K ausgeben. Und das geht im Stream nicht. Deswegen hat er gerade rumgezickt. Ja, aber ihr seht, ich habe hier wirklich verschiedene Motive fotografiert. Ich habe das Ganze gleich auch übrigens nochmal mit Video gemacht. Dann aber mit der 7S III. Das habe ich aber noch nicht geschafft, das zu reviewen. Das werde ich wahrscheinlich morgen Vormittag schaffen. Ich gucke mal. Noch keine weiteren Fragen bislang. Wundert mich. Oder sie sind schon überzeugt vom Shooting gewesen, was man da einfach gesehen hat in dem Moment. Also mir gefällt, ich hätte gerne eine. Ich würde gerne unsere 7300 langsam upgraden, was das angeht. Ich glaube, die Regie stimmt mir da auch zu, was das Ganze angeht. Was Fokus, da kommt der Daumen nach oben. Was Fokus angeht, das ist geil mittlerweile. Das muss ich immer so sagen. Was soll ich sagen? Ich habe eine 7S III. Die werde ich weiterhin zum Filmen benutzen, weil sie ist eine tolle Kamera. Ich werde meine 6600, die ich sonst noch verwende, die ihr unten vielleicht auch gerade gesehen habt. Die werde ich ersetzen durch eine 7 IV. Jetzt noch nicht sofort, weil ich weiß schon, die Kameras sind knapp. Ich habe im Moment ja noch die. Mal gucken, wie lange noch. Ich glaube, im Frühjahr werde ich dann irgendwann auf die 7 IV wechseln mit der 6S. Weil das ist halt einfach ein Top-Allrounder. Ich kann tolle Fotos machen. Ich kann toll Videos machen. Es ist alles drin, was für mich wichtig ist. Ja, und ich kann mit Estimeton arbeiten. Ich kann im Film alles einstellen. Und ich habe eben noch 33 Millionen Bildpunkte plus den Autofokus. Es macht eigentlich alles. Für mich der Allrounder. Ja, definitiv. Da kam eine neue Frage rein. Welche Festbrennweite für APS-C? Er hat eine 6600H. Sigma 56 1 IV oder was anderes? Das Sigma ist ein sehr, sehr gutes Objektiv. Kann ich ohne Probleme empfehlen. Ich selber habe noch das alte 50 mm 1.8 von Sony. Das hat den Vorteil, das hat einen Bildstabilisator. Es ist in der Schärfe ein Tick schlechter, ist mein Eindruck. Ich verwende es bei mir im Studio. Also ich habe meine Alpha 6400 im Studio stehen. Die ist da fest verbaut. Und da habe ich immer noch einen 50 1.8 dran. Wenn man also auch viel aus der Hand fotografiert, bei wenig Licht, ist natürlich so stabil schon eine gute Geschichte. Die 6.6 hat ein Gehäuse, deswegen ist es nicht ganz entscheidend. Eine Sache muss ich aber jetzt noch sagen, die wird die Zoom-Freunde sehr freuen, die festbrennweiten Freunde eher nicht. Ich habe an der Alpha 6600 und ich bin ein absoluter festbrennweiten Freund, das seht ihr hier auf dem Tisch, das 1655 2.8 probiert. Und es hat alle meine festbrennweiten der Bildqualität geschlagen. Und zwar deutlich. Es ist ein teures Objektiv, aber es ist super. Also an der 6.6 verwenden wir eigentlich nur noch das 1655. Klingt böse, aber wirklich. Ich war so geschockt von der Bildqualität. Könnt ihr im YouTube-Kanal sehen. Da gibt es auch die Originalbilder zum Download. Also wer es nicht glaubt, kann sich die raus runterladen und selber an seinen Computer gucken. Mich hat es echt geschockt. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Vor allem nicht von dir. Ich auch nicht. Ich habe ja auch wirklich das Tool getestet. Das Makro, wo du sagst, 50er festbrennweite Makro muss eigentlich abliefern. Muss extrem gut abliefern. Und es gäbe auch besser. Okay. Alles klar. Ich hätte vorher dagegen gewettet. Ich definitiv auch. Ich mache viele mit. Ich sage auch, dass Zoom-Objektive sehr viel können. Auch jetzt die modernen WS-70, 200, das neue. Das ist Wahnsinn. Aber bei dem hätte ich es nicht unbedingt erwartet. Was mich richtig geschockt hat, war das 12-24. Das ist ja als G-Master rausgekommen. Und ich habe das gegen das Blende 4 getestet. Und das Blende 4 ist ein echt gutes Weitwinkel. Was am Rand mehr geht mit dem G-Master ist unglaublich. Ich weiß, das ist ein super teures Objektiv. Ich war so geschockt, wie groß der Unterschied ist. Und den kann man halt echt sehen. Das ist aber so eine Renomie-Optik von Sony. Die haben gesagt, kein anderer hat einen 12-24-2-8. Keiner. Wir haben eins. Wir bauen das Beste, was geht. Und das haben sie gemacht. Ja, das stimmt. Da haben wir die nächste. Hat die 7.4 eine High-Resolution-Funktion? Ich schätze mal, dass es sowas wie jetzt Sensor-Shift, Pixel-Shift. Nee, hat sie nicht. Also Sony hat in der Alpha 7 R3 und Alpha 7 R4, also in den beiden R-Modellen, und in der Alpha 1 diese Pixel-Shift-Funktion. Da kann man die Auflösung erhöhen, beziehungsweise wenn man den einfachen Modus wählt mit nur vier Bildern, kann man das Bayer-Pattern entfernen. Das heißt, ich kann das Farbmuster quasi herausnehmen und für jeden Pixel Rot, Grün und Blau aufnehmen. Normalerweise habe ich ja dieses Farbmuster und ich kann für jeden Pixel nur eine Farbe aufnehmen. Und das ist damit eben ausgegraut. Die 7.4 hat das leider nicht. Okay. Also selbe Person. Wenn möglich, bitte die Streaming-Funktion mal zeigen. Mit welchen Smartphones ist die Funktion kompatibel? Also, kann ich aktuell nicht zeigen. Der Hintergrund ist relativ einfach. Mein Xperia-Smartphone, mit dem das geht, das ist unten im Erdgestrost im Koffer. Das habe ich hier nicht eingepackt. Aber es geht mit dem Xperia 5 aus der zweiten und dritten Generation und mit dem Xperia 1 aus der zweiten und dritten Generation. Da muss ich nur das USB-Kabel anschließen, eine passende Streaming-Software auf meinem Handy haben. Ich verwende da für Streamlabs. Ich drücke Go Live und Via Live mit der Kamera. Technisch geht es mit jedem Android-Gerät. Das heißt, Chromebooks und so funktionieren. Aber das Smartphone muss natürlich diese Verbindung entgegennehmen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich würde jetzt schätzen, dass die Google Pixel-Phones das können. Ich habe es aber nicht probiert. Also, von daher muss man es wirklich ausprobieren. Mit den vier Xperias geht es in jedem Fall. Ansonsten auch schön noch zu sagen, wenn ich damit jetzt, ich sage mal, ein ähnliches Setup jetzt machen möchte, wie hier jetzt zum Beispiel. Man muss es nicht mehr kompliziert mit einer HDMI-Abtastung. Wir haben ja mittlerweile ein bisschen schöner gelöst über USB. USB-Kabel rein, egal an welchen Rechner, es wird vollautomatisch erkannt und ich kann direkt streamen. Das heißt, ich brauche im Prinzip nur in YouTube gehen, Livestream auswählen. Wenn ich mehr als 1.000 Abonnenten habe, kann es losgehen. Das ist schon ziemlich cool. Das geht mit Full-HD mit 60 Bildern. Die Kamera kann übrigens auch 4K mit 15 Bildern. 15 Bilder würde ich jetzt persönlich nicht streamen. Würde ich auch nicht unbedingt machen, aber alles andere ist möglich. Wie ist es mit der Color Science? Wie sind die Hauttöne im Vergleich zur, würde gesagt, zur grottigen 7.3 für Out-of-Cam-Fotografie? Also ich würde die 7.3 nicht als grottig bezeichnen, weil sie ist dann durchaus nicht so schlecht. Aber es hat sich bei der Farbwiedergabe sehr, sehr viel getan. Gerade was Hauttöne und Co. angeht, kann man eigentlich auch in allen neuen Kameras schon sehen. Wer eine 7C hat oder wer eine Alpha 1 hat, der wird das schon kennen und der wird sofort sagen, ja, es ist nochmal deutlich besser geworden. Das live zu zeigen ist für mich immer besonders schwer. Weil wenn ich es vor Ort zeige und ich habe Publikum, dann ist es so, dann brauche ich einen kalibrierten Fernseher und einen kalibrierten Monitor. Wenn ich bei einem Kunden bin und da hängt ein Fernseher an der Wand, ist das schon schwierig. Weil dann müsste ich den erstmal nicht einstellen. Und im Livestream ist es noch schwieriger, weil im Livestream auch noch das Signal komprimiert wird. Das heißt, den Unterschied jetzt live zeigen, wird hier nicht funktionieren. Da wäre mein Tipp, wenn die Person nicht warten kann und es vorher ausprobieren will, einfach mal in den Laden kommen, eine Alpha 1 ausprobieren oder eine 7C ausprobieren, ist es deutlich besser geworden. Auf jeden Fall. Dann, es kommen gerade auch ein paar mehr rein, das ist schön. Ich muss auch gerade was umstellen. Schlau von mir. Jetzt hast du alle. Ja, nee, ich war gerade auf Top und ich war nicht auf Recent. So kommt das dann auch. Verstehe. Da, ich werde keine 7.4 dieses Jahr bekommen, schätze ich. Brauche jetzt aber eine neue. Welche Alternative empfehlt ihr? 7.3 oder 7.R4? Kann ich so nicht beantworten, weil mir die wichtigste Information fehlt. Was willst du machen? Nee, also klar, wenn man sagt, ich möchte extreme Ausschnitte machen, weil ich Wildlife fotografiere, würde ich ganz klar eine 7.R4 vorziehen. Klar, der Fokus ist deutlich schneller und ich habe eben diese Cropreserven. Wenn es nur darum geht, Lowlight und Street zu fotografieren, das, was wir unten fotografiert haben, würde ich eher eine 7.3 vorziehen. Die ist zwar im Fokus noch nicht so gut, da muss man vielleicht auch das eine oder andere Mal damit rechnen. Dass der Fokus nicht perfekt sitzt, aber man hat halt ein besseres Lowlight-Verhalten. So out of the box. Wenn man das 7.R4-Bild nimmt und kleiner rechnet, sieht es wieder anders aus, aber so out of the box. Kein Problem. Dann, wie hoch maximal würdest du die ISO einstellen, wenn du ein Foto auf A5 drucken würdest? Die A5? A5, relativ klein. Ja. Ich muss jetzt leider beantworten. Ich würde keinen Foto so klein schicken. Ja. Dein Ton ist weg. Mein Ton ist weg. Dein Ton ist weg. Das macht nichts. Man ständig ist einfach meine Batterie mehr. Ja, wir wechseln noch kurz den Akku, aber ich stimme zu, es ist eher selten, in so klein zu drucken. Fotos wirken eigentlich halt am geilsten, wenn es wirklich groß irgendwo ist, dann noch mit einem Passepartout drum und an der Wand. Wenn es so klein sein sollte, dann kann man die ISO eigentlich schon relativ gut hoch drücken, was ich so selber in Erfahrung gemacht habe. Ich habe viele Hochzeiten fotografiert. Da kam es auch vor, wenn man dann so kleine Porträts mal rauskimmt, da muss man nicht großartig die Panik haben, dass man sagt, ab einer bestimmten ISO-Zahl geht es nicht mehr. Es kommt auch immer viel auf den Druck an, wie der gemacht ist. Es kommt ein bisschen auf an, wie die Nachbearbeitung ist, ob dann alles noch scharf ist, Rauschreduzierung etc. Das hat viele Faktoren. Ja, also ich würde sagen, ich benutze meine Kamera bis ISO 12.800, auch eine Alpha 7.4 werde ich bis 12.800 nutzen und im Notfall auch mal 25.6, das aber nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Also 6.4 wäre so meine Grenze, mit der ich noch sehr gut zufrieden bin, alles oben drüber, dann wie gesagt 12.8 geht noch, 25.6 im Notfall. Meine Erfahrung ist, dass wenn man Software ein bisschen beherrscht, ein bisschen Entrauschen beherrscht, ist es auch größeres kein Thema. Und ich kann das mit einem Beispiel beschreiben. Ich hatte ja bis vor zwei Jahren ein großes Studio in Köln und da hing an der Wand ein 60x90 Bild von dem Festival of Lights in Berlin. Festival of Lights in Berlin sind angestrahlte Gebäude. Ich hatte das Brandenburger Tor fotografiert mit einer Projektion drauf, also mit farbigen Mustern. Und ich habe mir irgendwann Spaß draus gemacht, weil dieses Bild ja groß an der Wand hing, wenn alle Leute geguckt haben, die Leute von sich aus zu fragen, mit welcher Kamera ist das genutzt? Dann gehen die Leute immer ganz nah an dieses Plakat ran, gucken und sagen, das muss schon eine Alpha 7 gewesen sein. Ich habe immer gesagt, nee, der Sensor war kleiner. Ja, dann war es eine Alpha 6.000, damals 6.500. Nö, der Sensor ist kleiner. Kann nicht sein. Habe ich super oft gehört. Gemacht habe ich es mit der EX10, mit dem 1-Zoll-Sensor. ISO 6.400 und kein Mensch hat in dem Print das Rauschen gesehen, weil es halt einfach im Print ganz anders ist als auf dem Monitor. Ich habe das Bild eben nicht 400% vergrößert. Das, was wir hier eigentlich machen, ist bei der Vergrößerung der Fotos, wir blasen es so stark auf, dass man den Fehler unbedingt sieht. In der Praxis, auf einem Bild, was man als Ganzes erfasst, spielt es kaum eine Rolle. Also deswegen sage ich auch, wahrscheinlich wird der Print mit ISO 12.800 und mit 25.6 auch noch gut aussehen. Ja, definitiv. Man muss immer Betrachtungsabstand mit reinpacken, wenn man auch mal an große Billboards denkt, die irgendwo an der Fassade hängen. Wenn man da dran gehen würde, da kannst du die Pixel sehen. Ja, bei den höchsten ISO-Werken geht natürlich so ein bisschen Dynamikumfang. Und das sieht man dann, und ich finde, das sieht man eher als das Rauschen. Also, dass so ein bisschen die Brillanz fehlt, der Kontrast fehlt. Okay. Dann, was wir gerade hatten, ich pushe mit dem Ebenen wieder hoch. Sony 12-14 G-Master oder 1635 G-Master für Landschaft, Nacht, Astro? 1635. Warum? Weil es universeller einsetzbar ist. Also für Landschaften ist 1635 meistens die bessere Wahl. Diese ganz extreme Brennweite, die muss man handeln können. Da muss man Spaß dran haben. Wenn die Person das kann und da Spaß dran hat, dann ist das halt super extrem von der Brennweite. Und meine Erfahrung ist, dass wahrscheinlich mehr von den Landschaftsfotos um den Bereich 16 bis 20 mm entstehen und eher weniger noch viel unten drunter. Und deswegen würde ich wahrscheinlich das 1635 eher empfehlen. Okay. Wie sieht es von der Sternenabbildung aus? Hattest du da auch schon Tests gemacht von beiden miteinander? Habe ich nicht gemacht, weil wie gesagt, ich bin nicht so der Weitwinkeltyp. Also ich habe jetzt das 14er gekauft, weil ich damit gefilmt habe. Sehr viel. Deswegen, ich habe keins von beiden mit Astro probiert. Ich glaube, beide werden ziemlich gut sein. Dann, ist der Sucher der 7.4 für Brillenträger optimiert? Kann man das Sucherbild für Brillenträger umstellen? Ich meine nicht die Dioptrien. Nee, er meint den Bildausschnitt. Das kenne ich. Das haben wir bei der Alpha 1 und bei der 7S III. Da kann man das Sucherbild kleiner machen. Hier habe ich es im Menü nicht gesehen. Ich hatte es damals auch nicht gesehen, als ich geguckt habe. Genau. Ich weiß natürlich nicht. Die Kamera ist ja jetzt final. Ob es da vielleicht noch dazugekommen ist. Das müsste ich nachgucken. Kann ich dann heute nicht beantworten. Ich fürchte auch, dass ich es so schnell nicht finde. Ich kann ja mal nebenbei suchen. Das war auch ein bisschen versteckter im Menü. Ich erinnere mich. Dann gebe ich dir mal als nächstes. Ist für die 6300er die Brennweite Sony FE 90 mm gut für Landschaft? Klar. Also 90er Makro ist ein Knaller. Aber wenn man natürlich dann mit so einer langen Brennweite arbeitet, ist Landschaft ein bisschen schwieriger. Das heißt, man muss schon den Bildausschnitt relativ genau bestimmen. Ich mache das mit 135er ganz häufig, dass ich Landschaften fotografiere. Wegen auch Komprimierung dann das so ein bisschen? Genau, weil ich halt einfach Strecke überbrücken kann, Sachen ausblenden kann, die mich in der Landschaft stören. Und wenn du jetzt, ich bin heute Morgen Fahrrad gefahren, durch einen bunten Herbstwald, da kannst du halt auch mit einer langen Brennweite richtig tolle Fotos machen. Verschiedene Bäume. Du kannst eine große Wiese überbrücken, du kannst einen Fluss überbrücken, kannst die Spiegelung mit aufnehmen. Das geht super mit so etwas. Also von daher, gerade in der jetzigen Zeit. Stimmt. Auf jeden Fall. Dann, wie ist eure Einschätzung für ein Telesum an der 6600er? 70 350 G super oder ein anderer Vorschlag? Also 70 350 hat den charmanten Vorteil, es wiegt 625 Gramm. Ich habe es damals getestet gegen das 100-400 G Master. Es hat ein bisschen weniger Kontrast, Schärfe ist fast identisch. Es ist super schnell im Fokus, weil es die neuen Motoren hat. Für mich ist das, ja, ich sage das eigentlich nicht gerne, das Wort, weil es Englisch ist, aber es ist ein No-Brainer. Wenn du ein kleines leichtes Objektiv hast und willst, nimm das, wenn du sagst, ich brauche mehr Brennweite, 200-600, 2,1 Kilo, muss man wollen. Also es ist halt wirklich ein Trümmer, das Ding. Ja, das ist wirklich. Und deswegen hängt es sehr stark davon ab, was man macht. Wenn es um den normalen Bereich geht, immer 70 350. Das ist echt gut. Da kann man generell sagen, aktuell so ein bisschen die neuen Zooms für die APS-C-Varianten, die es einfach kamen, die sind wirklich extrem zu empfehlen. Ich habe es nicht gefunden, also Suche steht da auf jeden Fall nicht drin. Kein Problem. Ich bin mit meinen Fragen wieder am Ende. Wenn ihr noch was habt, machen. Wir sind ja auch nicht ewig da, damit wir auch gucken, irgendwann muss der Lachs immer nach Hause. Ja, ich muss auch noch ein bisschen was einpacken und so. Ich wollte schon sagen, ein bisschen einpacken und es ist ein sehr strikter Zeitplan, den der Kollege erfährt, die letzten Tage und auch die nächsten Tage. Deswegen, also wenn ihr was habt, haut es auf jeden Fall nochmal in die Tasten, damit wir das noch beantwortet bekommen, damit hier auch nichts passiert. Ja, das einzige Problem, was ich habe, ich bin wirklich hier morgen und die gesamte nächste Woche bis Samstag einschließlich wieder unterwegs. Am Sonntag haben wir dann Livestream für unseren Kurs. Da ist ja Fragen- und Antwortenzeit. Jeder, der das große Paket gekauft hat, kriegt so alle zwei, drei Wochen mache ich einen Livestream-Termin. Da kann man seine Fragen stellen. Also alles, was im Kurs nicht beantwortet ist, machen wir da immer. Und ja, mein großes Problem ist, wann kriege ich das Video mit dem Bildvergleich fertig. Das muss ich nämlich irgendwie noch hinkriegen. Das muss ja irgendwo zwischen so einem Reich. Da muss eine Nachtschicht eingelegt werden, aber das wäre nicht das erste Mal in dem Moment. Das kriegst du auf jeden Fall hin. Genau, ja, ich hoffe. Ich bin guter Dinge, aber Das kriegen wir hin. Ich habe noch einen von der Regie reinbekommen. Warum haben die CF-Express-Karten so komische Speicherwerte im Gegensatz zu den SD-Karten? Also 160 GB zu 128 GB zum Beispiel. Warum wüsste ich jetzt spontan auch nicht? Ich nehme an, dass das mit den Speicherzellen zusammenhängt, die sich wahrscheinlich besser schalten lassen. Oder man wird ein höheres Wear-Leveling nutzen. Das heißt, man reserviert einfach mehr Speicher, damit die Karten länger nutzbar sind. Also ich weiß, kennt ihr vielleicht, das werden bei Speicherkarten, werden bestimmte Bereiche zusätzlich als Speicher zur Verfügung gestellt, dass wenn einzelne Zellen kaputt gehen, dass die vom Controller quasi herausgenommen werden können. Damit halten die länger. Und ich glaube einfach, das wird bei einer CF-Express-Typ A. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es damit was zu tun hat. Es gibt keine offizielle Aussage. Ich habe jetzt bei Sony auch nicht nachgefragt. Aber nur eine Schätzung. Dann ein Objektivvergleich noch einmal. Tamron 1728 Blende 2.8 oder Sony 1635 Blende 4. Welches ist aktuell besser für Landschaften, speziell im Schärfebereich? Das Tamron ist gar nicht schlecht. Ich würde trotzdem immer das 1635 kaufen, weil im Landschaftsbereich wird ja meistens abgeblendet gearbeitet. Und wenn man jetzt nicht Astro machen will, dann hören das meine Kollegen von Sony nicht gern. Aber wenn ich auf Blendenwert 5.6, Blendenwert 8 bin, dann ist das 1635 so scharf wie das G-Master. Offenblendig ist das G-Master deutlich besser. Auch bei 2.8 ist es schärfer als das andere bei 4. Wenn ich abblende, verschwindet dieser Vorteil fast immer. Und dementsprechend, da es meistens so eingesetzt wird, würde ich immer 1635 nehmen. Erstens, du hast 16mm statt 17, was da unten relativ groß ist. Und du hast halt dieses Mehrbrennweite. Deswegen wäre ich eher beim Zeiss. Klingt auf jeden Fall gut. Die Frage, die hatten wir schon mal. Die mache ich wieder raus. Die wird mir die ganze Zeit immer hochgepuscht. Das war die mit dem variablen Shutter. Oder habe ich die überlesen? Ich stelle sie nochmal. Ich meine, die hatten wir schon mal. Variabler Shutter hatten wir schon mal. Ah ne, sorry. Ich habe die Gefahr. Ja, Regie macht natürlich alles richtig. Gibt es in Folge der schnelleren, auslesbaren Sensors bei bewegten Objektiven noch einen Rolling-Shutter-Effekt? Ja, klar gibt es. Also prinzipiell ist es ja so, dass es aktuell keine Fotokamera gibt, die keinen Rolling-Shutter hat. Bei einer Alpha 1 ist der aber so gering, dass er besser ist als der mechanische in den meisten Fällen. Und da ich jetzt auch nur noch mit dieser variablen Verschlusszeit arbeiten könnte, kann ich halt solche Lichtflagger-Geschichten bei einer Alpha 1 zum Beispiel komplett entfernen. Das geht bei einer 7.4 nicht. Der Sensor ist deutlich langsamer im Auslesen. Dementsprechend zeigt er dann natürlich Streifen im Bild oder eben Verzerrung bei schnellen Bewegungen. Meine Erfahrung ist, dass in der Regel das vor allem für Event-Fotografen nicht ist. Also dann, wenn du wirklich zwingend lautlos arbeiten musst. Weil wenn du den mechanischen Verschluss einsetzt, hast du das Problem ja nur ganz, ganz, ganz schwach. Also auch ein mechanischer Verschluss braucht ja Zeit, aber die ist einfach so kurz, dass es in der Praxis kaum eine Rolle spielt. Und hier ist es eben genau so. Das heißt, wenn du mechanisch arbeiten kannst, mach mechanisch, dann hast du auf jeden Fall keine Probleme. Lautlos musst du immer ausprobieren. Passend dazu noch eine andere Frage. Rolling-Shutter bei Fotos mit elektronischem Verschluss. Haben wir gerade. Ja. Maximale Belichtungszeit bei elektronischem Verschluss? Habe ich nicht probiert, aber ich schätze, dass wir auch hier die 30 Sekunden schaffen. Stellen wir mal gerade ein, ist ja kein Problem. Achso, Moment, wir machen das anders. Ich nehme euch mit aufs Display, muss ich mir das Kabel rausziehen. Hätte ich fast vergessen. Wir haben ja alles hier. Ja, genau. Dann gucken wir uns das doch gemeinsam an, direkt. Warte mal, ob das Video ist eigentlich noch drin. Hast du an? Ja, ich habe an. Waren wir nicht vorhin auf der anderen? Ich habe aber hier auch kein Signal. Kein Signal? Okay, warte, dann ziehe ich nochmal raus und gebe ihm nochmal einen neuen Impuls. Steht auch noch auf schwarz-weiß. Immer noch kein Signal? Nee. Bisher nicht, nein. Das ist schlecht, weil eigentlich habe ich nichts anderes eingestellt als vorhin. Ich kontrolliere noch einmal schnell die HDMI-Einstellung. Mal gucken, ob es daran liegt. 1080i. 1080i. Das müsste eigentlich alles gehen. Ich stelle es mal auf Auto, vielleicht haben wir dann mehr gehört. Aber das Bild geht auch nicht weg. Das heißt, irgendwie macht das Kabel gerade nicht. Okay, dann mache ich es ganz einfach. Dann probiere ich es gerade einmal aus. Ich stelle den lautlos Auslöser mal ein. Dann könnt ihr es jetzt leider nicht im Menü mitverfolgen. So, lautlos habe ich eingeschaltet. Er macht auch Bilder von dir. Also, er macht wirklich Bilder, kein Problem. Und jetzt gehen wir in der Verschlusszeit mal so lang, wie wir können. Jetzt bin ich bei 30 Sekunden. Auch das macht er. Display ist übrigens für euch zum Zeigen schwarz. Also, ich belüchte jetzt 30 Sekunden. Es geht bis 30 Sekunden. Und dann läuft es genau durchs Bild. Alles gut. Nein. Weißt du, ich bin hier. Ja, ich weiß. Ich berichte ja 30 Sekunden. Ich wollte nur zeigen, dass es gleich angeht. Regie, das dauert halt 30 Sekunden. Das könnte ein bisschen kurz sein. Ich kabel mal nebenbei etwas. Mach mal. Da ist das Bild. Es ist komplett weiß. Ist ja logisch. Aber 30 Sekunden geht. Ah, das kläre ich dann super. So, machen wir mal. Hatte ich aber auch, wie gesagt, vermutet. Pass auf, Lax, dann werfe ich dir die nächste Frage. Ja, die nächste Frage. Immer her damit. Zum Beispiel, Sony 8518 kann es die 33 Megapixel der A7IV scharf auflösen und kann es im Autofokus mithalten von der Schnelligkeit des Motors. Also, ich wiederhole die Frage nochmal, ja? Ja, gerne. Okay, also Frage war gerade nach dem Autofokus-Motor und nach der Bildqualität des 85mm 1.8. Das 85mm 1.8 ist ein hervorragend gutes Objektiv. Ich würde sagen, an den 61 Megapixeln ist das G-Master ein Stückchen besser, aber bis 42 Megapixel kann man, was Schärfe und Details angeht, kaum einen Unterschied sehen. Im Fokus ist es eins der sehr schnellen Objektive, weil es einen Linearmotor hat und es kann, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich meine, es kann sogar die 30 Bilder an der Alpha 1 und dementsprechend ist eine 7IV mit 10 Bildern pro Sekunde gar kein Problem für den Autofokus, also das geht hundertprozentig in jedem Fall, kann man gut nutzen. Ich persönlich bin eher bei dem G-Master, weil ich das Bokeh schöner finde, das habt ihr ja vorhin schon live gesehen, aber das 85mm 1.8 ist natürlich eine günstige und auch eine sehr, sehr gute Variante. Also, das empfehle ich immer, jeder, der sagt, ich will nicht so viel Geld ausgeben für ein Objektiv, Feuerfreiheit, das ist ein echt gutes Objektiv. Alles klar, dann direkt die nächste. Kann man den Record-Button im Fotomodus anders belegen? Also, die Frage habe ich nicht zum ersten Mal gehört, ihr habt es schon gemerkt. Selbstverständlich, wenn ich selber gar nicht filmen möchte, ich kann den Record-Taste genau wie eine andere Taste auch frei programmieren, gar kein Problem. Ja, genauso wie jetzt halt bei der 7IV auch das normalerweise Belichtungskorrekturrad, das ist jetzt auch neu programmierbar. Das Rad hat keinen Anschlag mehr, das finde ich erstmal ganz praktisch und das Zweite, ich kann es eben wirklich programmieren, zum Beispiel kann ich das Fokusfeld von links nach rechts oder von oben nach unten wandern lassen, das heißt, ich könnte hier links, rechts, hier oben und unten, dann kann ich hier meine Fokusfelder verstehen, wenn ich das möchte. Also, solche Sachen gehen dann immer. Dann haben wir, welche Sony empfehlt ihr für Tierfotografie, in Klammern Hunde? Mache einen Umstieg auf Sony für einen kleineren Geldbeutel. Genau, ich hätte jetzt gesagt... Ja, ja, ich war schon so A1 im Kopf. Alpha 1? Nein. Jetzt ist natürlich die Frage immer, was da bedeutet kleinerer Geldbeutel? Wenn du sagst, ich will im Fullframe bleiben, nimm der Alpha 7 IV, es wird die beste sein. Mit einer Alpha 7 III kriegst du gute Ergebnisse, aber es wird immer einen Punkt geben, wo du nicht zufrieden bist. Mit einer Alpha 7 IV hast du das nicht mehr. Ich weiß, 2.800 Euro ist für die meisten Leute kein kleiner Geldbeutel, deswegen gehen wir eine Stufe weiter nach unten. Wenn es eine Kamera sein soll, die sehr schnell im Fokus ist, würde ich eine 6.400 empfehlen. Die ist günstig, die ist wahnsinnig schnell, sie ist nicht so schnell wie eine Alpha 7 IV, aber sie ist schnell genug für Hunde. Wenn eine Alpha 6 IV immer noch zu teuer ist, dann eine 6.100, die ist im Fokus genauso schnell, hat aber das Problem, sie kann nicht so lange Serien schießen. Also da ist sie schwächer als die 6.400. Deswegen würde ich immer das wettergeschützte, stabile Gehäuse der 6.400, den besseren Sucher und eben die längere Serienbildgeschwindigkeit der 6.400 vorziehen. Also das wäre jetzt meine Empfehlung 6.400. Wenn auch das, wie gesagt, nicht geht, nimm mir 6.100. Okay. Dann Empfehlung für Landschaftsfotografie im Lowlight-Bereich, zum Beispiel Winter Norwegen. Für ein Objektiv oder für eine Kamera? Kamera, okay. Ja, da kann man eigentlich fast alles nutzen, weil das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber Landschaftsfotografie würde ich meistens auf dem Stativ einsetzen. Wenn es jetzt nicht gerade dauerhaft regnet oder noch besser schneit, dann wirst du auch mit Bewegung kein Problem haben. Also könntest du quasi ISO 100 einstellen, auch an der Alpha 7 R IV. Und da würde ich dann sagen, höhere Auflösung ist besser. Also in die Richtung würde ich dann gehen. Wenn noch andere Sachen hinzukommen, wird die Auswahl schwieriger. Also wenn es jetzt wirklich darum geht, Sterne oder Nordlichter, dann wäre vielleicht sogar eine 7 R IV die bessere Wahl. Dann, auch was so ein bisschen zur Frage gerade verpasst, 14 mm 1,8 oder 20 mm 1,8 für Landschaftsfotografie? Ich habe das 14er gekauft. Beantwortet eigentlich alles. Nein, ich habe ein 24er. Das mag ich gerne. Das 20er ist ein super gutes Objektiv. 20 ist wahrscheinlich für die meisten Leute das etwas häufiger eingesetzte. Ich habe mich total ins 14er verliebt. Ich habe damit, wie gesagt, ja Video gedreht. Und ich habe es mir gekauft. Also muss ich vielleicht erzählen. Das ist jetzt aus dem Nähkästchen, das ist jetzt privat. Mein Plan war, ich kaufe jetzt das 35 1 IV G Master. Und wer mich kennt, weiß, 35 ist einer meiner Lieblingsbrennweiten zum Fotografieren. Ich habe einen Tag mit dem 14er gekauft. Dann habe ich das 14er gekauft, statt dem 35er. Ich habe also immer noch keinen 35er. Das kommt dann irgendwann nächstes Jahr. Aber das ist schon geplant, aber ich muss erst mal ein bisschen sparen. Und wenn das dann geht, dann kaufe ich auch einen 35er. Okay. Das glaubt mir wieder keiner. Ich habe ja alle Objektive, aber ich kriege die nicht geschenkt. Schön wäre es. Du weißt es ja. Ja, ich kenne das. Egal, wie oft man es sagt, man glaubt es an mich. Das glaubt einem eh nicht. Okay, dann. Ich fotografiere mit der 6600er und dem 200-600mm Vögel. Lohnt sich der Umstieg auf die 7 IV ohne Telekonverter? Oder sollte man auf eine neue APS-C warten? Der Umstieg lohnt sich. Allein der Augen-Auto-Fokus für Vögel ist halt ein Knaller. Und ich glaube nicht, dass im APS-C-Bereich was Vergleichbares in näherer Zukunft kommt. Also nochmal, Sony verrät das nicht. Es kann sein, dass morgen so eine Kamera vorgestellt wird. Dann lag ich heute komplett falsch. Ich glaube es aber nicht. Weil diese Leistung von dem Prozessor, die Abwärme, die entsteht, in ein ganz kleines Gehäuse einzubauen, halte ich für eher nicht so einfach möglich. Also mit Sicherheit irgendwann möglich. Aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, deswegen, Augen-Auto-Fokus für Vögel ist ein echter Dealbreaker. Und falls ihr das noch nicht kennt, guckt bei mir im YouTube-Kanal. Da gibt es ein Praxisvideo dazu. Da habe ich das gezeigt. Das funktioniert so gut. Ich habe es genau mit dem Objektiv gemacht, das vorne auf dem Tisch liegt. Ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Ja. Und selbst mit Telekonverter, Autofokus ist immer noch extrem gut. Selbst mit der Zoom-Blende funktioniert das. Wir haben es im Lowlight getestet. Ganz eben gesehen, 1200 Millimeter bei Blendenwert 13 im Lowlight und dass der Fokus sitzt. Ja. Braucht Licht. Ansonsten lassen wir mal, wo waren wir? 102.000? Ja, wir waren Maximum ISO. Also das macht keinen Sinn dann zu fotografieren. Aber um zu zeigen, wie gut der Autofokus ist, war es super. Ja, das auf jeden Fall. Dann habe ich als letzte Frage, was ich jetzt gerade noch sehen kann. Gibt es bei Objektiven ähnlich wie bei Brillengläsern Beschichtungsschäden bei Temperaturunterschieden? Kenne ich nicht. Also die Vergütungen, es gibt ja Nano-R-Vergütungen, es gibt verschiedene andere Vergütungen, sind meines Wissens nach ganz, ganz dünne Metallschichten, die aufgedampft werden. Zumindest in den meisten Fällen ist das so. Und da kenne ich nur Kratzer oder Abkratzen oder Abschaben von irgendwas. Aber ich habe noch nicht gehört, dass es irgendwelche Probleme gab bei kalten oder warmen Temperaturen oder bei Nässe. Kenne ich nicht. Also gab es, glaube ich, zum Anfang der Vergütungen mal, aber inzwischen wirklich. Aber nicht so, dass... Habe ich nicht gehört, ist mir nicht bekannt. Wir kriegen ja auch öfters mal Reparatursachen rein. Da habe ich bislang auch nichts, was da hin schließen sollte. Soll ich jetzt mal, dass man da großartig was hat. Ja, ich glaube, bei Brillengräsern ist das Thema, dass man die relativ häufig reinigt. Und da man die auch wirklich jeden Tag hat, meine Optiken reinige ich zwar auch ab und zu, aber mit einem Mikrofasertuch immer im Vergleich zu einer Brille relativ selten. Da, ich habe noch eine. Ich würde das jetzt erstmal als Letzte definieren, weil auch jetzt erst so ein bisschen sporadisch nur noch reinkommt in dem Moment. Wir können ja auch im Nachhinein sagen, hey, pass auf, in den Stream könnt ihr auch noch alle Fragen stellen. Dann beantwortet Foto Koch die. Definitiv. Wenn es irgendwie möglich ist oder eine Frage wir nicht erklären können, dann können wir das im Nachhinein auch erklären. Ja, ansonsten, wenn es um Grundeinstellungen und sowas geht, Max-Kurs, alles mit beantwortet. Dann haben wir Sony 7.4 1080p, 60fps im Webcam-Streaming-Modus. Wie lange kann ich durchgängig streamen ohne Überhitzung oder Abschalten der Kamera? Habe ich nicht probiert. Ganz ehrlich, ich habe die Kamera jetzt quasi seit dem Livestream, seitdem ich hier bin, habe ich die Kamera ja. Das heißt, die ist morgens angekommen, ich bin hierher gefahren, wir haben Verkäufer-Training gemacht, wir haben den ersten Livestream, wir haben live das Ganze geschaut. Was ich bisher nicht geschafft habe, ist, die Kamera für mehrere Stunden auf den Tisch zu stellen und einfach laufen zu lassen. Habe ich einfach nicht geschafft. Die war ständig im Einsatz, seitdem kann ich nicht beantworten. Ich gehe davon aus, dass es ähnlich ist wie bei der Alpha 7.3. Mit der Alpha 7.3 habe ich sehr, sehr viel gefilmt. Ich habe im Hochsommer, da war sie gerade erschienen, heißeste Tag des Jahres, zwei Stunden, 38 Minuten 4K aufgenommen am Stück für eine Veranstaltung und das war kein Problem. Und ich gehe davon aus, dass bei der 7.4 auch Überhitzung keine Rolle spielt. Ich habe es aber nicht probiert. Also wenn das nicht so ist, nagelt mich bitte nicht darauf fest. Mein erster Eindruck ist, das wird wahrscheinlich unlimitiert funktionieren. Okay, super. Dann, ich sehe keine weiteren Fragen. Ich bedanke mich schon mal, dass du hier warst und alles beantwortet hast. Egal, zu was es war in dem Moment. Danke fürs Live-Studien, auch wenn es nass war. Aber die Bilder waren echt cool und ich glaube, den Leuten können wir ein bisschen sehen, wie es auch dann wirklich in der Praxis ist. Wie dir das Ganze fällt, ist besser, als einfach nur eine Präsentation anzugucken. Von daher, vielen, vielen Dank an die Leute draußen. Wer ihn noch nicht kennt, warum nicht? Rübergehen, YouTube-Kanal, ganz, ganz viele Videos zu allen möglichen Themen. Auf jeden Fall vorbeischauen und natürlich auch gerne für andere Themen noch bei uns vorbeischauen, im Shop, alles Mögliche. Ich bedanke mich für die rege Teilnahme, dass auch wirklich Fragen reinkamen. Nur so konnte es auch wirklich interaktiv werden und auch cooler werden. Von daher, vielen Dank von meiner Seite. Vielen Dank da und vielen Dank an die Regie, die heute auch ein bisschen was zu tun hatte da hinten. Also, muss ja auch ein bisschen gekämpft werden zwischendurch. Auch von daher, vielen Dank. Ich verabschiede mich. Du kannst nach Hause fahren. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Und ich gucke jetzt, dass ich meine Sachen so langsam wieder einpacke. Und diesmal auch bitte nichts vergessen, nicht wie letztes Mal. Ja, sorry. Vorletztes Mal. Vorletztes Mal. So wie. Nee, dann einen schönen Abend an alle, die gerade da sind und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.